So, willkommen zurück. Folge Huch. Warte mal. Habe ich ganz vergessen. Ist ja Folge 4. So. Wir sind immer noch im Live-Let's Play von Heroes Reborn. Okay, wir müssen da hin. Äh, okay. Da ist schon mal ne Wache. Da können wir so nicht rein... Alter Schwede, was ist denn hier los? Hu, 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 hu. Überall stehen Wachen. Ciao. Cassandra? Cassandra, woher die Leute sind, die mich aufgenommen haben, ich glaube, sie wissen, dass sie sich in das System wissen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Okay, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch bleiben. Okay. Okay, jetzt müssen wir da hinten hin. Verdammt Scheiße. Ciao. Ua, ua, ua. So, jetzt sind wir schon mal in dem Raum. Ja, wir müssen, glaube ich, hier in den Serverraum, glaube ich, oder? Ua, was, wo? Nein, ich hab doch, ich hab doch... Alter. Voll am Abzappeln. Bisschen nicht in der Disco. Hu, nein. Komm her. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, alter. Ich will die Zeit verlangsam... Komm her. Ciao. So. Wo ist der? Wo ist der? So, wie kann ich da... Wieso sammelt denn die die Patrone nicht ein? Das gibt's doch nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Sammel doch die... Wie war denn das nochmal? Ich hab das... Das gibt's doch nicht. Aua. Hier. Stuhl für dich. Da fliegt er einfach mal weg. So. Bisschen am ruckeln grade, ne? Alter, die Framerate. Alter Schwede. Hallo Framerate. Schön, dass du da bist. So, was soll ich denn jetzt hier machen? Wer ist er denn? Kassandra? Huh? Du bist entweder sehr wunderschön oder sehr wunderschön oder sehr wunderschön für eine Freundin. Wer bist du? Was willst du mit uns? Was willst du? Was willst du? Ich sag dir face-to-face. Soon genug. Whoever die Leute sind, whatever du hier machst, wir hier nicht interessieren. Wir lassen uns gehen. Du kam hier hier um die Antwort zu finden über deine Familie. Wie wirst du das? Ich habe sicher, dass dein Freund die Eltern finden. Ich wusste, dass es dich zurückzieht. Was bedeutet hier? Ich habe noch nie gehört. Nein. Es ist so viel über deine Kindheit, dass du nicht erinnerst. Deine Familie. Deine Evo. 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 mal. Was? Ciao. Ich muss jetzt mal weg hier. So. Erstmal. Ah, guck mal hier. Was haben wir hier? Interagieren. So, müssen wir denn jetzt hin? Die waren hier gerade, ne? Er ist schon mal weggeflogen. Sehr schön. So, warte. Den anderen kriegen wir jetzt auch. Oh, die sind stärker. Oh, oh. Oh. Wow. Nein, ich will nicht in die Zeit zurückreisen. Mann, du Pimmelberger. Alter. Das gibt's doch nicht. Ich will die Zeit verlangsamen. Mann. Sammel ihn ein. Von wegen. Attacken. Gibt gleich Attacken hier. Schieß. Schieß. Das gibt's nicht. Ciao. Alter, ich hab gleich keine Gesundheit mehr hier. Hilfe. Ich schmeiß mal eine Mikrowelle am Kopf. Warte. So, der ist schon mal weg. Wo ist der andere? Hier war doch gerade noch jemand, oder? Wo ist der hin? Hä? Wo ist der hin? Guck mal, hier ein Zelt von, äh, Kolat. Guck mal. Na, ist das ein Hinweis? Nach unten. Stufe 6. Einige Feinde können Wurfobjekte ausweichen. Okay. Da bin ich sehr gespannt. Etwas Altes. Hab ich gerade die Trophäe erhalten. Ähm. Es sind immer kleine Räume, ne? Was ich so feststelle. Und dann immer zwischendurch Ladebildschirme. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin nicht sicher, wo es hier ist, exakt. Aber ich habe gerade mit dem Schrieg, der uns hier gebracht hat. Mason. Was ist falsch mit dir? Du klingt schrecklich. Die Gäste. Wenn ich Kontakt mit dir verloren habe, kamen sie hier und mich auf dem Terminal gefunden. Das macht mich ziemlich schlecht. Oh Gott, Alex. Do they know you've been talking? Ich glaube nicht. Sie haben die Terminal aufgesucht, aber ich habe noch mein Telefon. Das ist gut, weil sie mich zu einem anderen Ort befinden. Es sieht aus wie ein Kind einer prison. Wenn du da ein Datenzentrum auf dem Boden bist, kannst du eine MAP finden. Ich werde mich an, wo ich gehen muss. Ich werde dich aus. Mit dem Terminal weg, ich bin nicht sicher, wie. Aber ich werde etwas denken. In der Zeit, einfach hier runter. In der Zukunft kann man also auch mit dem Fahrstuhl fahren. Ist ja interessant. Äh. Ach, weil der Geschrohsack. Was war das denn jetzt? Okay. Äh. Warte mal. Habe ich was für ein Werfen? Fahr ich überhaupt noch? Hör. Hör. Was? Nein. Hör. Was war das denn? Fehlerimpuls. Nicht gefunden. Was? Brille kann nicht. Was? Was war das denn? Ich habe doch... Äh. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nur in die Zeit zurückgesprungen. wie es mir befohlen worden ist. Oder beziehungsweise wie ich es wollte eigentlich. Aber... Naja. Hm. Ah, jetzt bin ich unten. Ist ja schön. Und der Fahrstuhl? Da. Der hängt da. Ich bin auf mich gestellt. Sehr schön. Ich muss da hin. Ich muss wahrscheinlich erst die Gegner alle zerstören. Oder erledigen. Und die scheint ein bisschen härter zu sein hier. Die Tante hier. Die in der Kiste steht. Also zumindest in der... Hm. Hier steht ein LKW. Aber hier war doch noch irgendwo ein Gegner, ne? Der lief doch, glaube ich, hier rum irgendwo. Ich schaue mir nochmal... Äh, hallo? Ich schaue nochmal ein bisschen um. Äh. Ach, die Leiter existiert? In der Vergangenheit nicht. Okay. Aha. Die Leiter ist also... Die Leiter ist also weg. Ich versuche mal irgendwie raufzuspringen. Na. Das gibt's nicht. Komm ich da nicht rauf? Okay, anscheinend nicht. Ach, warte mal. Ja, natürlich. So komme ich da rauf. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Da steht auf jeden Fall eine Wache. Das sind zwei Wachen. Hier steht eine Kiste. Also insgesamt drei Personen, die in dem Raum stehen, so wie es ausschaut. Das kann ja heiter werden. So. Ach ja, stimmt. Das existiert ja nicht in der... Ähm. Ich verwechsel das immer. Vergangenheit und Gegenwart. Was ist aber denn hier schönes? Ein Treppenhaus. Jungs und Mädels, zieht die Schlüpper aus. Denn wir stehen vorm Treppenhaus. La 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 la. Aber ich glaube, wir sind hier, glaube ich, ganz safe, wenn wir hier hinreisen. Aber hier läuft anscheinend keiner rum. Von den Pappnasen. Ja. Okay, warte mal. Pass auf. Machen wir mal so. Da wären wir auch schon. Erstmal ein Buch lesen. Auch schön. Was haben wir hier? Ein Generator. Oh ja. Ich frage jetzt natürlich, wie kriegen wir die jetzt dazu? Wie kriegen wir... Da hinten läuft der eine. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel für die Tür da hinten. Und da unten müssen... Oh. Die kommt hier hoch. Ach du Scheiße. Äh. Warte mal. Und die läuft da rein. Das war so klar. Weißt du, das Sponsor einmal... Ah, guck mal hier. Aber das... Das war's. Ciao. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, wo sind die... Wo sind die anderen? Die haben gerade was von Open Fire geredet. Ich bin mir da gar nicht so sicher, was hier so open ist. Hilfe, 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 Hilfe Wieso kann ich denn diese Scheiß-Links nicht aufsammeln? Die Geschosse, wie war denn das nochmal? Oh, 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 ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Na. Alter. Erstmal Gesundheit auffüllen lassen. So, wo sind die jetzt hier? Ah, guck mal, die kommen jetzt runter. Guck mal einer an. Die verteilen sich jetzt sogar, oder? Komm mal mit. Bssst. Aua. Komm mal mit. Na, komm mal mit. Na, komm mal mit. Bssst. So, warte. Ich glaube, das ist auch aus der Serie. Wenn ich das richtig, äh. Ich meine, das ist sogar aus der, aus der Fernsehserie, das Spiel. Ich bin mir aber da gar nicht so sicher. Verschlossen. Ich muss den Schlüssel finden. Toll. Wahrscheinlich ist der Schlüssel, die irgendwo rumliegen. Okay, da oben ist noch eine Tür, da gehen wir... Äh, was? Wie kommt der auf einmal wieder hin? Okay, warte mal. Kriegen wir hin? Ist kein Thema. Wenn er schon, wenn er schon da steht, ne? Warum nicht? Wenn er schon da steht. So. Wo finden wir denn... Ach, guck mal. Hinweise. Aber wo finden wir denn jetzt den Schlüssel, bitte? Oder hat der Typ den Schlüssel dabei gehabt? Ich weiß es nicht. Müssen mal schauen. Wo ist der überhaupt hingeflogen? Ach, der ist weg. Na, ist ja auch schön. Ich muss den Schlüssel finden. Ist ja auch geil. Oder liegt der vielleicht in der Vergangenheit, der Schlüssel? Aber kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, warte mal. Hier ist... Nee. Nee, das ist ja der Wegpunkt, wo wir hin müssen in der Zukunft. Aber ist schon toll gemacht, ne? So mit diesem Hin und Her switchen. Das macht schon Spaß. Das ist schon sehr geil. Aber wo sollen wir denn jetzt hier bitte den Schlüssel finden? Naja. Ich würde sagen, auf der Suche nach dem verlorenen Schlüssel, würde ich sagen, entlasse ich euch hier auf YouTube erstmal in eine weitere Folgenpause. Und ihr schaltet dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder ein, wenn es wieder heißt. Jetzt, äh, ja, geben ihn, Heroes Reborn und, ähm, ja, dann suchen wir weiter den Schlüssel. Bis dann. Ciao.